Ja, jetzt machen wir einen schönen Abend. Zum Spielen, ja, ich werde Ihnen nicht viel sagen, es ist einfach jede Woche das Gleiche. Wir spielen einigermaßen gut, die haben keinen Auftrag, 20 Minuten haben die keinen Auftrag, kommen einmal einen Tückenstandort vor das Tor, das steht 100, ich werde es wieder mal 100 hinterher, jedes Mal das Gleiche.